Fangen wir also an mit der Reise in die Musikpädagogik des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das Besondere an der Jugendmusikbewegung war, dass sie ihren Ursprung nicht in theoretischen Überlegungen von Pädagoginnen nahm, sondern sich, wie der Name schon vermuten lässt, aus bestimmten gesellschaftlichen Schichten der Jugend heraus entwickelte. Die Jugendbewegung, die im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts mit dem Verein der Wandervögel ihren Anfang nahm, war aber kein einheitliches Gebilde. Innerhalb der Bewegung selbst bildeten sich verschiedene Gruppierungen. Manche von ihnen waren stärker deutschnational geprägt, andere eher aus der Kritik einer starren und lebensfernen Schulbildung heraus entstanden. Wilfried Grun schreibt in seiner Geschichte der Musikerziehung? Denn in dem paradoxen Widerspruch, dass die Jugendbewegung zwar von der Revolte gegen die bürgerliche Kultur und die Lebensbedingungen infolge der Entwicklung der Industrie, der Vermassung in den Großstädten und der Arbeits- und Wohnverhältnisse ausgegangen war, dann aber bei ihrer Suche nach dem neuen Menschen einer kurzsichtigen Vergangenheitsverklärung folgte und zunehmend in das Fahrwasser eines konservativen Nationalismus geriet, manifestiert sich ihr ambivalenter Charakter. Mit der Ablehnung der Errungenschaften der bürgerlichen Musikkultur, wie sie das Konzertleben mit seinem Virtuosentum verkörperte, wuchs aber die Verklärung von Volk, Volkslied, Volkstum und Volksgemeinschaft. Insgesamt kann man festhalten, dass es sich um eine Bewegung Zurück zur Natur bzw. zur Natürlichkeit handelte, bei der es viel um Wandern, Naturerleben, Freiheit und Einfachheit des gemeinschaftlichen Lebens auf dem Lande ging. Man traf sich zu selbstorganisierten Wanderfahrten, zu Singenwochen und offenen Singstunden. Dabei wurde, womit nun der Bogen zur Musikpädagogik geschlagen ist, viel gesungen. Es handelte sich vorrangig um unbegleitete oder von der Laute oder Gitarre begleitete Volkslieder, die beim Wandern, am Lagerfeuer oder bei der Arbeit gemeinsam gesungen werden sollten. Folgerichtig wurden etliche Sammlungen von Volksliedern herausgegeben, dazu Bearbeitungen von Werken für den Hausgebrauch sowie zahlreiche Lauten- und Orgelbearbeitungen. Eine Person, die in dieser Zeit zentral für die Jugendmusikbewegung wurde, die uns aber später noch an anderer Stelle wieder begegnen wird, ist Fritz Jöde. Dieser Musikpädagoge, der von 1887 bis 1970 lebte, gab verschiedenste Zeitschriften heraus. Die Laute, später Musikantengilde, Hausmusik, der Kanon, Frau Musiker. Diese Hefte enthielten Instrumentalwerke für den Haus- und Schulgebrauch, Lieder in verschiedensten Besetzungen und aller möglicher Herkunft, bearbeitet und zum Teil begleitet von wissenschaftlichen und theoretischen Beiträgen durch Jöde selbst. Hier ist eine Ausgabe von 1923 des Zupfgeigenhansels zu sehen. Nach einer knappen Einleitung und ein paar Hinweisen zum Spiel der Gitarre sind die Lieder unterteilt in verschiedene Abschnitte. Man findet Lieder zum Abschied, Minnedienst, Liebesklage, Balladen, geistliche Lieder, am Abend, Freude, Sommerluft, auf der Landstraße, auf Schiffen und Rollwägen, Spinnstube, Soldatenlieder, Schlemmlieder, Tanz, Schnurren. Einige der Lieder und Stücke werden Sie vielleicht auch heute noch kennen. Andere sind über die Jahre in Vergessenheit geraten. Die Jugendmusikbewegung hatte an und für sich zunächst gar keine Ansprüche an eine schulische oder außerschulische Musikpädagogik geäußert. Andererseits wurden Musiklehrer und Musikpädagogen wie Fritz Jöde zum Teil stark durch die Gedanken der Jugendbewegung geprägt. Durch sein langanhaltendes musikpädagogisches Wirken und die zahlreichen Veröffentlichungen hat er sicherlich viele Musiklehrer und Lehrerinnen erreicht und beeinflusst, die in der Folge die Ideologie auch in den schulischen Musikunterricht weiter trugen. Jöde selbst wurde dann auch zum Vertreter der heute so bezeichneten musischen Erziehung, mit der wir uns im nächsten Video genauer beschäftigen werden.